Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Digis Adventure mit mir, dem Retro Gamer. Wir spielen das 163. Level von Ägypten, Höhle der Heilung. Es ist zugleich das 9. Level in Bezug auf die Gottheit Seth. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war es dann auch schon, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren und aktiviert das Glöckchen, um zukünftig auch keine weiteren Videos von mir zu verpassen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, ciao!